Zuerst haben wir ein Mannschaftsfoto geschossen auf der Tribüne, danach haben wir die Spielerportraits gemacht, für die Sponsoren ein paar Bilder, also das Übliche. Die neuen Trikots gefallen mir sehr. Blau ist meine Lieblingsfarbe, deswegen passe ich gut rein, will ich sagen. Ja, sehr gut. Sitz gut. Ich meine, den Zebra-Scheifen kennt man ja, von daher. Letztes Jahr haben wir, glaube ich, die Fans entworfen, ne? Richtig. Das war auch super, aber allgemein den Zebra-Scheifen fühle ich mich wohl. Das war es, glaube ich. Das war es, glaube ich. Aber jetzt ist es, glaube ich. Wir sind hier auch immer wieder in den Zebra-Scheifen. Wir sind nicht immer wieder in den Zebra-Scheifen. Mannschaftsfotos, Einzelfotos haben wir gemacht und auch Bilder in Action, das war sehr interessant. Wir haben ja vor zwei Tagen gegen Köln gespielt, deswegen hatten wir gestern einen freien Tag und der zweite Tag nach dem Spiel ist immer ein bisschen schwieriger, deswegen fühle ich mich gerade nicht so frisch, aber so soll es ja sein in der Vorbereitung. Ich glaube darauf freut man sich am meisten, dass die Fans wieder am Stadion sind. Auf jeden Fall, meinte ich ja auch, wo ich unterschrieben habe, das ist glaube ich nochmal ein Erlebnis. Sind alle schon verkauft? Fast alle. Fast alle, echt? Ja das wäre natürlich top, wenn alle 10.000 Karten weg wären, weil ich war jetzt eine lange Zeit ohne Fans und deswegen fangen wir uns riesig drauf.